Weißt du, wo ich eine Waffe kriegen kann? Wofür brauchen Sie eine Waffe? Ich kann es Ihnen was anderes empfehlen, also ein Spray zum Beispiel. Schade. Weiß jemand von euch, wie ich zu einer Knarre kommen? Wofür brauchen Sie denn eine Knarre? Ein Mensch muss abtreten, wenn er kann. Entschuldigung, darf ich Ihnen hochhelfen? Stellen Sie sich vor, in der Boulevardzeitung, Skandal. Deutscher Arzt verabreicht jüdischer Patientin Sterbemittel. Wenn Sie mir nicht helfen, dann helfe ich mir dasselbe. Spaß macht das. Ja. Na gut, dann fang ich auch an. Ja, mach doch. Das war ein Witz. Für euch Männer gibt es einen Puff. Warum gibt es das nicht für Frauen? Ich finde das so cool, dass du da bist. Ja, und ihr seid eine verrückte Band. Frau Stern, gibt es etwas, das Sie sich noch wünschen? Etwas, das Sie noch erleben möchten? Auf die Liebe. Auf die Liebe. Sie sehen aber heute verführerisch aus. Klingt das so cool. Ja. 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 Ja.